Herzlich willkommen zu unserem Video. In dieser Ausgabe erfahren Sie mehr über Carl Cox' digitales Debüt in der Sensorium Galaxy. Zudem entdecken Sie die Theatervorstellung The Lieutenant of Inishmore und werfen einen Blick auf die Neugründungen vom 4.10.2023. 4.10.2023 Intermundium Carl Cox' digitales Debüt in der Sensorium Galaxy Sensorium ist stolz darauf, die erste virtuelle Show von Carl Cox in der Sensorium Galaxy anzukündigen. Die exklusive 30-minütige Performance mit von Carl geschriebenen, produzierten und gespielten Tracks wird am Freitag, den 27. Oktober um 19 Uhr Premiere haben. Musik- und Technologiefans weltweit werden kostenlos an diesem fesselnden Erlebnis mit dabei sein können. Mit dem Namen Intermundium, die sich auf den Raum zwischen den Welten oder Dimensionen bezieht, verspricht die Show einen weiteren Schritt in das Gebiet der digitalen Performance zu sein. Den ganzen Bericht von Sensorium Galaxy finden Sie auf unserer Webseite aktuellenews.tv The Lieutenant of Inishmore Wer hat die Katze von Matt Padraig auf einer einsamen Straße auf der Insel Inishmore überfahren, und war es ein Unfall? Er wird es wissen wollen, wenn er von einer Folterung und einem Bombenanschlag auf eine Frittenbude in Nordirland zurückkehrt. Er liebt seine Katze mehr als das Leben selbst, und jemand wird dafür bezahlen. Diese dunkle Komödie verbindet messerscharfe Dialoge mit einer verschlungenen Handlung und ist gleichzeitig ein Kommentar zu Terrorismus und Gewalt in der heutigen Gesellschaft. Den ganzen Bericht von Zürich English Speaking Theater finden Sie auf unseren Webseiten aktuellenews.tv und eventkalender.ch. Am 4.10.2023 wurden 206 Firmen in der Schweiz gegründet, davon 38 Firmen in der Region Zürich, 18 Firmen in der Region Watt und 17 Firmen in der Region Zug. Mehr Informationen über Firmenneugründungen und Firmenlöschungen finden Sie auf unserer Webseite handelsregister.tv. Publizieren Sie Ihre Medienmitteilungen, Events, kulturelle Veranstaltungen, politische Kundgebungen auf den Newsportalen und über unser Online-TV. Steigern Sie Ihre Reichweite. Für weitere Fragen kontaktieren Sie uns auf www.aktuellenews.info oder unter der Gratistelefonnummer 0800 Search. Sie finden uns auf YouTube unter help.tv oder auf unseren Social Media Kanälen Facebook oder Instagram unter handelsregister.tv. »Stickle windchill.tv« »Stickle« 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 »Stickle«